sehr wie soll was ich bin schon hier auf youtube am start heute wird rankt auf coastline gezockt im scurrier road diamond folge numero drei mit dem bums und mit dem lieben ich bin ich back das macht mir mega spaß immer wieder ja wenn der spaß nichts anderes kann als born schaffen hat nicht mal eben alter ich kaufe mir eben bei elkontrolle hat er anscheinend gereicht so ekelhaft definitiv nein so einmal die welt ich bin miss geburt von oben ein fausten ganz ehrlich ja hättest du nicht vorher töten können ne tut mir leid schaffst du menschen die von hinten kommen müssen aha da kenn ich aber ein paar leute die gerne von hinten kommen wenn ziemlich đi ja ich gar nicht das du hast nicht verstanden doch ist nicht richtig witzig die kommt schon ist im einsatz toni kommt wissen wir das war schon gut wo er schon geschossen hat da hatte der hat keine chance mehr wo er schon geschossen hat der raufstamm wäre tot gewesen ja eben darum pre-firing johnny ich spiele ich habe immer mit der das war billiard raum auf der map das war meine zweite runde auf also war eventuell wieder eine chance als scheiße finden sie aber das ganze bild muss ja nicht ziehen da haben kann sie nicht weiß ich finde es geil müssen wir noch verstärken eigentlich will ich hier hinten machen aber ich bin noch da war jetzt habe ich keine links du bist du ja eben verstärkt das auch die menschen gespielt alle ach so jetzt ist glaube ich ja die kommen jetzt ja ja dann will ich da nur anzeigen der selbst markierten ist sehr nice nein scheiße schade schade wo ist die ja die sind da guck dir wie schön der war guck dir wie schön der war er war nicht schön er war ultra geil eine die runden die sind gerade so geil wir machen es markenlos kaka ich spiele wieder durch mit reflex jetzt wird geflecht ich bin so auch um das ist ja jetzt nicht so okay ausnahmsweise so spiel ich immer mit art und so schön mit glätsspielen nehmen wir mal im termite nevius ist auf der markt kommen alter als ob einfach alle diese hässliche tarnung nehmen also muss ich dir gleich auch nehmen er schafft ja vier wach drauf diese heister nicht so hässlich erinnert mich voll an die scheißzeiten ein früher waren wir ja immer für hat mein kleiner immer geließe und die 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 tarnung heißt auf englisch heißt und auf deutsch ist die dunst da hast du uns klaren war zu maß und meine kinder mit dem wasser ein blöffer du bist keine und die ist kein mensch deswegen bin ich da nicht mehr jetzt bei mir mann aber immer noch bestes der mann jetzt kommen andere darin 0 kills sind lächerlicher typ 001 da ist das bester mann kommen den kino ist jetzt die er gehört dir jawohl aber zu mir sagen ich glaube gilt aber egal mir geht es nicht um die kürze ob es auch mal gewinnt wollte ich jetzt gerade auch sagen mir ist eigentlich der einst von penthouse rechts und dann noch vor allem also früher ging es mir wirklich immer um die kills und wenn mir einer den kill abgestaubt hat ich habe den so dermaßen die kind und immer den kind und jetzt ist früher nur um die kill zu wissen ja aber nicht immer so extrem die ist ein nein fürst du hier nicht rein doch alter behindert aber im ort beim sehr schön kochen ich habe zwei kills und sollte von mir ja und ich weiß nicht im kill alter ja und die kill alter ich habe kein team gemacht aber fast ich habe das gedau berechnet wohin die sie ja ich wollte ich wollte gerade wo das ist das recht eine geile aufnahme muss ich sagen ich habe mal gesagt dass ich die abstimmung gemacht in jeder folge jetzt habe ich sie in der ersten vorgabe sie gemacht aber ob sie nicht eingefügt damit ihr abstimmen konnte in der letzten folge haben sie vergessen er weiß der abstimmen einzubauen also also vergessen einzubauen dann vorletzte folge habe ich vergessen einzustellen und diese folge werde ich eine wieder rein machen wer gewinnt oder was wir machen das 40 hier jetzt zum beispiel keine ahnung welche was befindet die abwärts die bahn die geworfen schon richtig aufgeräumt dass keine kids jetzt ist was ich nein scheiße ach du scheiße ich komme eben kraken hätten der außen bei blubau ja push mal links brenn jetzt raus und jetzt ist es kann man die leute haben die katten kürt geklaut kürzene fenster war hier schon erschrocken ich habe ich noch am ende der runde eine kleine abstimmung für euch wird euch die folge gefallen gut sehr gut oder scheiße wir haben abstimmen besser ist das sagen ihr dürft uns jetzt gerne noch auf instagram und facebook folgen alles in der infobeschreibung verlinkt bei mir könnt ihr nur leider auf instagram folgen würden sagen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal euer johnny bis zum